Welcome back ladies and gentlemen, ich bin Salp Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video, finden wir uns in Ghostwatchers und es wurde sich gewünscht, dass ich mal wieder richtig auseinander genommen werde und das machen wir diese Woche, ihr seht schon was heute an ist, Sammlung von Ektoplasma, Vernunft, Pentagramm, Lauf oder Stirb und der hohe Rang. Das Problem ist, Lauf oder Stirb mit dieser zusätzlichen Spritze plus Ektoplasma ist manchmal ein bisschen nervig, da schaue ich mal, ob ich das vielleicht im Zuge der Woche dann noch rausnehme, das Lauf oder Stirb. Wir befinden uns momentan hier im verlassenen Haus und auf Schwer, wir starten erstmal gemütlich, die anderen Runden dieser Woche werdet ihr auf Wahnsinn sehen, aber ich dachte mir erstmal zum reinkommen, ganz gemütlich und schauen wir mal, wie asozial es hier schon ist. Let's go! Ladies and Gentlemen, ich hoffe ihr habt das Wochenende gut überstanden, auch den Montag natürlich, seid gut die neue Woche gekommen und könnt jetzt gut durchstarten, ich hoffe selbiges, aber ja, Daumen drücken, let's go! So, Grüße gehen natürlich raus an Madamis Etche, die sich Ghostwortschatz gewünscht hat und ich habe leider den Kommentar nicht mehr gefunden, in dem stand, dass ich mal, ja, richtig penetriert werden soll, also richtig hier Vollgas geben. Aber da werde ich noch danach suchen, sobald wir Wahnsinn zocken, hoffe ich, dass ich den Kommentar gefunden habe. Denn, ja, Herzen geht auf jeden Fall raus dafür und ja, wir haben unsere Gegenstände, ich nehme jetzt wieder, wie immer, die Videocam mit, damit wir gleich mal zwei Objekte dabei haben, um zu schauen, ob wir irgendwo Ektoplasmen haben. Und vorerst, can you talk? Can you talk? Oh, es ist schon mal gut, ich werde angeweint. Ja, also, wir haben eine Chance. Wenn ich direkt irgendwie angeknutzt wäre, weiß ich schon, das wird Hölle. Wir haben Fußspuren, okay, wir haben Fußabdrücke, let's go! Oh, Barbadook, Wendigo oder schwarz, oh nein, wenn es schon wieder ein schwarzer Tod ist, ey, ich, immer hier oder am Sofort. Also, es würde mich nicht wundern, wenn wir einen schwarzen Tod haben, aber gut. Ich schaue uns mal, bis jetzt, Blubbel und Blubbel sehen wir vor allem auch ohne Videocam, also haben wir einen Geist, der mit der UV-Lumpe sein Blubbel zeigt, das ist sehr gut. Wir suchen jetzt hier schon mal die Gegenstände. Hier haben wir den Schädel, ich versuche es mir jetzt erstmal zu merken, denn ihr seht das ja, wir können keine Gegenstände mehr mitnehmen. Aber, damit wir das zumindest schon mal so ungefähr scouten können, das wird uns später auf jeden Fall viel Zeit ersparen. Mitnehmen müssen wir es ja noch nicht, aber zu wissen, Keller ist der Schädel, ist gut. So, und ja, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich jetzt schon mit dem, mit meinem Ektoplasma würde ich schon sagen, mit meinem Partikelzähler rumlaufe, um da schon mal was zu sammeln, aber das können wir auch gleich noch machen, naja, es läuft nicht davor. So, wir haben erst einen Gegenstand gefunden, das gefällt mir gar nicht. Sobald wir die Treppe hochgehen, wird er mich wahrscheinlich wegziehen, das ist meistens der Fall. Das sieht gut aus. Oh, Herzschlag. Wie schaut's aus? Es ist warm. Na, hier. Bam. Und. Verdammt, ich weiß jetzt nicht, welches eben ist. Wo ist er hin? Schädelwock. Aber es ist auf jeden Fall warm. Das ist gut zu wissen, ne? Ja, okay, ist doch nicht gut zu wissen. Das ändert nicht viel. Hier hätten wir dann, uh, die Taschenuhr, okay. Hier haben wir die Rose, sehr gut. Wenn jetzt hier noch ein Gegenstand wäre, wäre es super. Ja, gut, dich will ich nicht. Aha. Okay, drei Gegenstände sind hier schon mal. Da fehlt nur noch einer, den wir scouten müssen. Ja. Keine Ahnung, was da gerade vorbeigefahren ist, aber, Alter, war minimal extrem laut. Wir brauchen auch noch ein zweites Blubbel. Eines unten im Keller, das ist schon mal gut zu wissen. So, hier ist aber alles fresh, hier ist mir nichts. Aha. E-MF-5, gut zu wissen, gut zu wissen, sehr gut zu wissen sogar. So, aber noch kein zweites Blubbel. Das gefällt mir nicht. Und hier ist der letzte Gegenstand. Okay, wir haben alle Gegenstände gescounted. Wie gesagt, Blubbel, nur eins gefunden bis jetzt. Kontraproduktiv, so, dich brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Wir nehmen dich jetzt mit. Und den Schädel hole ich, denn die anderen Gegenstände sind alle beieinander. Nee, der Schädel ist jedoch unten im Keller. Den können wir direkt mitnehmen. Vielleicht haben wir auch unten im Keller nicht gut genug geschaut. Warte, dich brauche ich auch nicht mehr. Bis jetzt ist alles noch harmlos, weil sie geweint hat. Oder es, er, sie, ich weiß es nicht. Nicht wundern, ich gehe auch hier hinten dann nochmal kurz alles ab, ob hier vielleicht noch ein zweites Blubbel ist. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Ein Blubbel im Keller. Okay. Habe ich vielleicht irgendeinen Weg? Bin ich irgendeinen Weg noch nicht gegangen, wo noch ein Blubbel sein könnte? Oder ich glaube... Das ist vollkommen normal. Das habe ich hier noch nie gehabt. Ja, kein Wunder, dass Feuer ein bisschen warm ist. Aber 50... Das ist 15 Grad ein bisschen... Oder auch 50 Grad für ein Feuer ist ein bisschen niedrig, würde ich mal sagen. So, aber... Wir haben hier... Wir hatten eben eine 5. Hallo. Wo ist er jetzt schon wieder hier, Gonger? Wir schaffen das heute, ladies and gentlemen. Das wird der Auftrag in diese geile Woche und... Ich gehe jetzt mal duschen. Klar, dann... Okay, erstmal duschen. Warum nicht? Würde ich jetzt auch direkt machen. Ein bisschen Haare waschen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nichts dagegen. So, aber... Es wird... Ich... Na? Ich bin ein bisschen nervös. Deswegen gehe ich jetzt erstmal raus und hole hier... Hupp. Und... Wo haben wir es denn? Ich brauche meine Adrenalinspritze. Jawohl. So, und jetzt schaue ich mal. Wir haben Barber Duke. Hier brauchen wir die Videocam. Da haben wir Bendigo. Da brauchen wir UV. Und hier brauchen wir... Okay, wir haben Bendigo. Gehe ich mir stark von aus. Also, Elektro war 5. Ja, wir haben Bendigo, ladies and gentlemen. Hier brauchen wir die Räucherstäbchen. Und... Bendigo. Ihr wisst es ja noch mit den Schädeln, wenn wir in diesem Käfig sind. Das wird auf jeden Fall nicht ganz so entspannt. Ich glaube, ich habe gerade die Voodoo-Puppe gehört, die auf dem Boden aufgeklatscht ist. Und wir hatten oben noch nicht die Nachricht, dass sie damit nicht interagiert. Sondern könnte das schon mal sehr geil sein. Also, sprich, Voodoo-Puppe ist wahrscheinlich Beweismittel. Hier ist Gekritze. Da können wir jetzt mal schauen. Besteht das? Warte, ne, nicht das. Kritzelein. Bendigo. Jawohl. Okay, Voodoo-Puppe wurde erhoben und das Voodoo-Brett von links nach rechts. Sehr geil, sehr geil. Hier von links nach rechts. Und... Voodoo-Puppe wird erhoben. Wer erhoben. Ja gut, erhaben ist was anderes. Aber sie wird angehoben. Nehmen wir es so. So klingt es am besten. So. Spritze habe ich auch dabei. Von der Fälle. Aufschloch. Okay. Nicht in den Keller. Bitte nicht in den... Mach immer den... Mach immer den Keller. Aber gut. Hier holen wir uns jetzt unsere Partikel, hoffe ich. Nein! Komm schon. Es sind nur noch fünf... Nein! Komm schon, nur noch fünf Prozent. Nein! Echt jetzt? Echt jetzt? Ich bin wieder verarschen. Danke. 500 bis 1000 A-Words sind das. Das war jetzt eine schwere Geburt. So, ich habe jetzt noch zwei Slots frei. Da können wir schon mal zwei weitere Gegenstände holen. Und 500 bis 1000. Ich mache das jetzt noch. Denn ich will hier nicht diese Spezialfähigkeit von dem Dude. Deswegen hole ich ja gleich auch Ectoplasma. Hier ist das letzte... Okay, sehr schön. Hier war die Uhr. Okay. Dann wenn ich jetzt anfange mit Ectoplasma, haben wir es mit einem Demento zu tun. Wenn wir jetzt schon alles eintragen, haben wir es mit dem Wendigo zu tun. Und das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Deswegen mache ich das alles jetzt schon. Später das mit austreiben, blubbi blubbi. Oder die ganze Liste da abarbeiten. Das wird noch nervig genug. Aber wir müssen es uns eigentlich noch schwerer machen, als es sowieso schon ist. Es ist auch schwer. Deswegen, uns nach dem anderen, gell? Du bist einfach so creepy. Ich schaue mal im Internet, ob ich das Viech irgendwo ergattern kann. Ob es das irgendwo gibt, als Spielzeug das auch so creepy aussieht. Das wäre schon irgendwie funny. Also, ich würde eher weinen als lachen, aber es kommt auch selber aus. So, er weint auch. Das Ding zieht sich genau das Gleiche. So, Abmarsch nach draußen. Und jetzt brauchen wir den Ectoplasma-Drainer und das Licht. So, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal nach oben, schaue, ob er in der Nähe ist. Wenn ja, dann gehe ich runter in den Keller. Ja, finde ich auch. Äh, Entschuldigung, hat jemand, jemand hat das Licht ausgemacht. Okay, diese Sicht mache ich überhaupt nicht. Aber, Alter, diese Tür. Stell dir mal vor, ihr seid Postbote, wollte ich gerade so ein Paket abliefern. Auf einmal seht ihr das hier. Na, da gehst du nicht an die Tür und klingelst. Da drehst du lieber wieder um. Diese Sicht gefällt mir gar nicht. Stell dir mal vor, hier draußen kann jetzt ein Jumpscare passieren. Hier kann irgendjemand auf euch zulaufen. Zum hohen Schrei. So, Kollege, ähm, darf ich wieder rein? Sei doch nicht so. Ich hab doch noch, ich war ganz lieb zu dir, ganz zärtlich. Ja, nein, vielleicht. Soll ich dir dein Leben erhellen? Nö? Gut, wir müssen jetzt warten, ne? Er hat, er rastet gerade aus. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was den Gritten hat. Ich weiß nicht. Aber, gut, da müssen wir jetzt durch. Ja, der muss sich halt ausspinnen. Vielleicht zieht er sich gerade um, ne? Erst mal duschen, jetzt umziehen. Will er nicht gestört werden. Verstehe ich voll und ganz? Hätte ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf. Sowieso das Nervige, dass man mich hier theoretisch von der Hauptstraße aus sehen könnte. Das ist immer super. By the way, hier passt noch alles. Vernunft ist in Ordnung. Ihr seht den Schädel, alles fresh. Wir haben jetzt auch hier draußen wieder eine schöne Sicht. Wunderbärchen. Das musst du jetzt sein, oder? Das ist so eine Trotzreaktion. Oh, oh. Er ist in der Nähe. Hm, hm, hm. Wer soll ich nennen? Those bastards. Ich versuche, mich gleich nach oben zu arbeiten. Sagen. Nein, das gefällt mir nicht. Da laufe ich jetzt. Da nehme ich die Beine in die Hand. Ich finde den gar nicht. Wo ist er? Nein. Nein, nein, nein. Aua. Sag mal. Das hat Aua gemacht. So, jetzt schau mal nach oben. Ich hoffe, dass er gerade nicht hier oben ist, dass wir hier die Zeit haben. So, auf geht's. Let's go. Wenn er bei 50% kommt, schaffen wir es. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. Der ist wieder ganz eng. Aber das packen wir. Das stimmen wir durch. Ha, 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 ha. Habst du? Nein. Du möchtest nicht? Gut, hab ich nur zugegen. Das X markiert die Stelle. So, ab, mach schnell raus. Wir haben unser erstes Blubbel. Check. Zweites Blubbel. Ja, müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, denn das Ding muss ich ja erst mal aufladen. Aber erstes Blubbel haben wir schon mal. Schauen wir mal, können wir... Das mach ich nicht. Na, das wird mich so aufregen. Kerzen mach ich auch nicht. Geist beim ersten Mal richtig. Das macht man. Das sollte machbar sein. Ja, wir haben ja hier alles. Und verfluchten Spiegel. Ja, das so schaue ich aus. Vielleicht haben wir Glück und wir müssen irgendwie beim Austreten das machen. Er ist gerade rechts oben. Jetzt hätten wir gerade Zeit, um in den Keller zu gehen. Nachteil, ne? Das Ding braucht noch ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, wir tragen ihn jetzt ein. Und können vielleicht schon mal irgendwie anfangen, die erste abzuarbeiten. Wie gesagt, fern wir dich nicht. Nein, schon. Aber... Wo ist es denn, Alter? Aber sonst, bevor wir jetzt hier noch die halbe Anzeige rumstehen... Verstarten wir jetzt einfach. Wir brauchen Feuer, Salz. Und das vernichtende Licht. Das können wir kombinieren. Erst Feuer, Salz in die Fresse donnern. Da kommt er, by the way. Ja, komm, lady. Komm, komm, lady. Hier, fang. Nein, das ist das meins, dann das brauche ich noch. Geh einfach wieder rein. Ja, alles ist gut. Was hat er da gerade weg? Irgendwas hat er gerade verschleppt. Ich will es nicht wissen. So, aber jetzt müssen wir sowieso warten. Wir brauchen das vernichtende Licht zum Blubbel holen. Und gleichzeitig, um ihn hier zu nerven. Deswegen, ja, kontraproduktiv. Was brauchen wir hier noch? Irgendwas nerviges? Kerzen im Haus anzünden und danach alle Kerzen löschen. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Böse, böse, böse. Böse, böse. So, hat man schon drin. Ich muss dann auch nochmal schauen, ob der noch irgendwie was Passives hat, was mir Schaden macht oder sowas. Oh. Er lässt mein Herz höher schlagen. Ich hoffe, er sitzt jetzt nicht mit mir hier unten im Keller, sonst wird das Ganze gleich sehr nervig. Okay, er ist in der Nähe, aber wie vorhin. 50 Prozent und wir sind gut dabei. Alles, wir haben sogar über 50 Prozent. Oh ja. Jetzt kommt noch her, damit das Ding... Sehr schön. Ah, das wird jetzt unschön. Ja, ja, ich bin draußen. Alles gut. Mein Gott. Hör doch auf mit dem Schmarrn. Ey, ich hab fast einen Herz-Crashpark gekriegt. Mein Gott, aber wir haben das Blubbel und wir wissen, wo sein anderes Blubbel ist. Auf der Kellertreppe. Ist ungünstig von der Position her, aber wir wissen, wo es ist. Und selbst wenn das dann klaut oder sowas, also woanders hinpackt, könnten wir vielleicht zusehen. Wird das Fingereisch? Keine Ahnung. So. Nummer zwei haben wir. Dann Kerzen im Haus anzünden. Das können wir ganz schnell machen. Das sollte machbar sein. Einziger Nachteil. Wenn er kommt, werde ich ihn nämlich reinlaufen lassen. Hier einmal. Dann hier war, glaube ich, keine Kerze. Hier ist eine und da hinten ist eine. Oh, Junge. So. Salz. Die Kerzen können wir schon mal ausmachen. Guckt, wir müssen gleich sowieso dahinter. Ja, zur Kellertreppe. Aua. Aua, das hat voll weh getan. Äh. Oh, oh. Das wird jetzt ganz eng. Himmel, Herrgott. Jetzt hab ich wieder einen roten Rand. Das ist doch der Wahnsinn. Also das ist wirklich das Einzige, was mich wirklich stört an diesen, an den Erneuerungen. Einfach, ne. Ich seh das ja selber. Dieser rote Rand die ganze Zeit. Du musst so ein ganzes Ding nehmen, um das zu entfernen. Soweit du 5% Damage kriegst, ist es wieder da. Das ist der Krampf, ne. Das sollten sie einführen bei 50% oder sowas. Das ist dann der rote Rand kommt. So, aber jetzt erstmal Salz. Das passt. Und goldene U. Die goldene U. Das machen wir doch gerne. So. Das Ding ist auch bald wieder ready. Komm her. Hör auf zu weinen. Komm her. Ich muss dich mit meinem Salz abwerfen. Das tut mir sehr leid. Es ist gerade ein bisschen nervig, dass wir hier mal einzeln reinlaufen müssen für alles. Aber, ja. Es funktioniert. Und das ist die Hauptsache, ne. Ich weiß egal, wie oft du laufen musst oder sonstiges. Hauptsache es funktioniert und du schaffst das Ganze. Ne. Uns läuft ja nix davor. Ne, der geil ist sowieso nicht. Oder. Oh. Hier. Fang. So. Und jetzt bitte mitkommen. Na. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum... Mein Gott. Das ich mich immer verschrecke und erstmal in meine Maus kicke. So. Jetzt die goldene Bombe schnell, damit wir danach hier auch schon die Kerzen haben, bevor er irgendwas anzündet. Was ist das jetzt? Ähm. Ich hab vielleicht vergessen, mein Dingens mitzunehmen. Also ne Adrenalinspritze. Hm. Komm bitte nicht von oben. Dann hab ich ne reale Chance. Nehm. Da kommt der. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich bin zu schön zum sterben. Nein. Okay. Aber wir haben noch einen Plan B. Ich hab einfach vollkommen meinen... Ja. Strauß mal umgedreht. Ich hab einfach komplett meine Adrenalinspritze vergessen. Hallo. Nein, nein, nein. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Ach da. Ich wurde einfach aufgehängt. So. Aber ja. Instant Karma. Ich hab verkackt in der Stelle. Ich hab meine Spritze vergessen. Vorbereitung ist alles. Und ich hab drauf nicht geachtet. Und muss jetzt damit leben, dass ich nicht nur... ...mein Leben verloren hab. Sondern auch noch meine letzte Charge bei meinem... ...bei meinem Licht. Fürs letzte Blubbel. Ne. Blöd gelaufen. Aber... Man muss leider einfach an der Stelle sagen... Selbst schuld. Aber wir schaffen das. Nochmal wird er mich nicht töten. Ab jetzt denke ich an die Spritze. Gehst du weg? Gehst du? Nein, gehst du nicht weg. Gehst du her, meine ich. Das sind alle drei. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt zu dir die Eins nach dem Anderen. Bitte, gell? So. Der Erste. Äh, wenn ich jetzt gleich wieder lebe, hab ich ein Problem. Nein! Ja, deswegen hab ich auch ein Problem. Nein, 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 nein. Der ist ganz schnell. Meine Leben sind, glaub ich, auch ein bisschen... ...schlecht bei der... Ja! Als ob du mich jetzt nicht achst. Mein Gott, zum Glück ist da, dir. Ey. Nö. Nö. Ganz ehrlich, wenn er unfair spielt, dann würde ich auch gerne unfair spielen, aber es geht nicht. Aber, dann hat er jetzt ein Problem, ne? Jetzt nehm ich die Spritze mit, jetzt nehm ich vorher nochmal alles, ne? Sende die blabbi blub. Ne? Jetzt kann... Jetzt... Jetzt lernt er mich kennen. Ne? Oh, meine Leben sind ja wieder gut. Oh, super. Ne? Also, wenn ihr eure Leben mal am Arsch seid, einfach sterben. Ne? Dann habt ihr wieder volle Leben, wenn ihr wieder lebt. Ist eigentlich nicht die beste Taktik, also empfehlen würde ich es nicht. Äh. Hier. Friss die Fackel! Aber nicht angreifen jetzt, gell? Geh einfach. Bitte, bitte, geh doch. Okay. Na ja, gut. Schnell geschalten an der Stelle. Aber, das... Das hätte jetzt ein bisschen eng werden können. So. Dich brauche ich. Check. Dann brauche ich... Ach, verdammt, wo bin ich verreckt? Ach ja. Da wobei. War ich hier in der Decke gegangen. Okay. Ähm. Wir brauchen außerdem die goldene Bombe. Ne, die goldene Bombe haben wir... Die haben wir schon. Ne, sei es. Goldene Bombe. Ach so, die habe ich bei meiner Laiche. Ach ja, stimmt. Konnte ich ja nicht kennen, weil... Ähm... Weil das ja diese unbesiegbare Jagd war. Deswegen gibt es nichts gebracht, die Bombe zu werfen. Deswegen goldene Bombe. Alle Katzen löschen. Sehr schön. Heiliges Feuer. Ja gut, das müssen wir jetzt nachkaffeln. Aber ganz ehrlich, besser so, als dass wir nochmal sterben. So. Ähm. Dich belassen wir aber noch hier. Dich belassen wir vor allem noch hier. Der deutsche Glunz. So. Man ist schon wieder. Ich habe gerade keinen roten Rand. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Meine Herren. Man kann auch unfair spielen, Kollege. Das macht er sowieso. Ähm. So, jetzt. Ja. Die Kerzen auch. Okay, jetzt kriegt er mein heiliges Feuer. Ne. Jetzt wird, jetzt, jetzt hat er ein Problem. So. Es ist mir eine Error, dich zu verbrennen. So, Abmarsch nach Tränen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass er gerade nicht auslässt. Ne. Ganz entspannt. Ganz cool. Wir holen uns jetzt der letzte Blubble, damit wir da auch schon mal auf der sicheren Seite sind. So. Du hier. Und ganz schnell loslegen. Bevor er von sich aus in die Richtung kommt. So. Das soll... Er ist näher dran. Nahe dran. Näher dran als gedacht. Ne. Er war oben. Okay, das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Wo auch immer du bist. So. Und einfach, weil ich es kann, frisst das heilige Licht, du Trottel. Oder es ist ja kein heiliges Licht. Es ist ja vernichtendes Licht. Aber es kommt auch selber raus. So. Das hätten wir. Und jetzt haben wir wieder einen Slot frei. Das ist sehr, sehr gut. Ähm. Heiliges Feuer. Räucherstabal. Räucherstabal haben wir noch eine Charge. Na. Sogar noch zwei. Das ist sehr gut. Okay, Kollege. Jetzt langsam geht es dir an den Kragen. Ich sag's, wie es ist. So. Jetzt erstmal der Cage. Ach nee. Gut. Die Jagd ist auch in Ordnung. Ich hab diesmal meine Spritze dabei. Ah nee. Das ist normal. Oh. Das ist aber süß. Naja. Hier. F***. Alter. Ja. Jetzt kommt er auch noch als ich. Ey. Das ist doch ein Krampf. Haben wir hier noch irgendwas, was wir in die Fresse donnern können? Das. Das. Naja. Wir machen es mit der. Entspann dich, Buch. Komm runter. Alles ist gut. Alles ist gut. Ganz ruhig. Ne? Ey. Wahnsinn. Also. Ne? Kollegial ist das Buch. Aber das rastet so schnell aus. Das ist. Das ist schlimm. So. Das war ganz kaputt der Sanity. Und gut, dass wir noch eine Charge in den Räucherstäbchen hatten. Ähm. Ich komm. Wir sind ja jetzt gleich durch. Wir haben jetzt nur noch die Räucherstäbchen. Also nur noch das Ritual. Das machen wir jetzt. Also. Ne? Voll geballert. Was sagt mein Leben? Ist noch vorhanden. Weiß man. Ähm. Ich nehm auch mal Räucherstäbchen. Einfach mit mir auf der sicheren Seite sind. Für jeden Fall, dass es doch erscheinen möchte. So. Ich nehm ich mit. Spreze haben wir dabei. Den haben wir dabei. Und. Jetzt hoffen wir einfach, dass der Cage nicht kommt. Aha. Hat da jemand Aggression? Oh. Ja. Da hat jemand ein Aggressionsproblem. Okay. Wo ist es? Wo kommt der? Von rechts, von links, von oben? Brrrr. Brrrr. Das willst du mich jetzt verarschen, oder was? Als ob das während dieser kranken Jahr kommen kann. Du willst mich echt verarschen, oder? Alter. Wie unfair kann man denn spielen? Bitteschön. Du hast doch echt einen Arsch offen. Ich muss schon auf bayerisch sagen. So. Aber das Gute ist, jetzt haben wir wieder einen Slot frei. Na. Dich werfen wir jetzt erstmal weg. Und. Bitteschön. Oh ja. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir das Ding gerade nicht brauchen. Naja. Es scheint, lass das Ding einfach unter mir erscheinen. So. Wir machen es jetzt so. Na. Sicherer Seite und sowas. Alter Vater Kollege. Du machst es mir nicht einfach. Aber dich zu fragen, dann macht es Spaß. Was bist du? Äh. Hau mal gerade nicht auf Lager. Ne. War nur ein Scherz. Hey. Okay. War doch kein Scherz. Aber gut zu wissen. Hier. Wird der. Aha. So. Das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir. Selbst wenn wir in diesem Dingens drin sind. Äh. Geh weg. Geh weg. Oh mein Junge. Hey. Wahnsinn. Was war das schon wieder für eine Runde? Dass wir das geschafft haben. Das ist so verdient. Also gut. Wir haben es noch nicht geschafft. Deswegen. Äh. Ja. Hochmutkomfort im Fall. Ich sag's doch. Das hätte es nicht sein müssen Kollege. Übersteigert das Aggressionspotenzial. So. Dass wir das jetzt geschafft haben. War sowas von verdient. Er hat alles gegeben. Er hat so asozial gespielt. Wie es nur geht. Und wir haben es trotzdem geschafft. Gut. Es war nur auf Schmer. Naja. Ja. Also. Fast schon einfach. Wenn man Wahnsinn gewöhnt ist. Oder Wahnsinn kennt. Ähm. Aber. Wir haben es trotzdem verdient. Und. Ne. Es ist scheißegal. Ob es Wahnsinn ist oder schwer. Das war asozial. So. Ab in den Folterkeller mit dir. Komm Junge. Und ich würde mal sagen. Das war ein schöner Auftakt in die Woche. Ne. Beim nächsten Mal gibt es dann auch. Gibt es das Ganze auf Wahnsinn. Aber. Auch das war jetzt schon geil. Das war mega. Ladies and gentlemen. Auf jeden Fall. Dass ihr Ghostbusters noch nicht zeigt. Probiert es selber aus. Das macht Spaß. Und man kann ja auch leichtere Schwierigkeitsgrade nutzen. Oder weniger Modi. Gerade wenn man anfängt. Na. Damit man ins Game reinkommt. Ich habe es nur so stressig. Weil ich so viele Modi anhabe. Und einen hohen Schwierigkeitsgrad. Aber es macht Spaß. Es lohnt sich. Ich wünsche euch. Ganz viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Tschüss.